Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6520. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Unsere Freunde warten auf dem Parkplatz. Sie sind zu faul zum Laufen. Unsere Freunde warten auf dem Parkplatz. Sie sind zu faul zum Laufen. Unsere Freunde warten auf dem Parkplatz. Sie sind zu faul zum Laufen. Ich will noch nicht aufstehen. Ich bin noch müde. Ich will noch nicht aufstehen. Ich bin noch müde. Ich will noch nicht aufstehen. Ich bin noch müde. Ich wähle dich. Du schaffst es. Du hast mich überzeugt. Ich wähle dich. Du schaffst es. Du hast mich überzeugt. Ich wähle dich. Du schaffst es. Du hast mich überzeugt. Wie kannst du die Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen? Wie kannst du die Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen? Bevor du so etwas sagst, benutze dein Gehirn. Dafür ist es da. Bevor du so etwas sagst, benutze dein Gehirn. Dafür ist es da. Bevor du so etwas sagst, benutze dein Gehirn. Dafür ist es da. Loyalität ist eine Eigenschaft, die schwer zu finden, aber sehr wertvoll ist. Loyalität ist eine Eigenschaft, die schwer zu finden, aber sehr wertvoll ist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wie kannst du so etwas sagst, benutze dein Gehirn. Wirklichkeit ist eine gewünschte Antwort.